Hallo und willkommen zu einem weiteren Video und zwar heute mal wieder zu einem Q&A, also dem Format, in dem ich eure Fragen beantworte. Eigentlich sollte dieses Wochenende ein ganz anderes Video kommen, allerdings habe ich das zeitlich nicht fertig gekriegt, weil ich mich viel zu lange mit der Wasserkühlung aufgehalten habe. Also da haben ein paar Sachen nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte und deswegen gibt es jetzt dieses spontane Q&A. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem und ich würde sagen, wir starten direkt. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei! Jetzt, wo mein Intro vorbei ist, kann ich euch direkt mal eine Frage dazu beantworten und zwar, wie heißt denn eigentlich das Lied aus dem Intro? Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Song Mountain Hill bzw. Mountain Hills, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch also gerne mal anhören. Und ja, das ist also ein kleiner Ausschnitt daraus und mir persönlich gefällt der auf jeden Fall immer noch sehr, sehr gut. Also es kommt ja ab und an vor, dass ich mal mein eigenes Intro höre und mir gefällt der auf jeden Fall immer noch sehr. Ja, und euer Feedback ist eigentlich auch immer noch sehr positiv. Also, ja, bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit. TheRazer91 fragt, wann der nächste Teil vom 10.000-Euro-Projekt kommt und der sollte eigentlich dieses Wochenende kommen. Aber, habe ich euch ja eben schon erklärt, das wird jetzt wohl dann auf nächste Woche verschoben. Also ich denke mal, Samstag kommt der nächste Teil. Da geht es noch nicht so richtig um den kompletten Zusammenbau und so weiter, sondern nochmal um so ein paar allgemeine Dinge. Ich habe noch etwas am System geändert, also ich bin so ein bisschen auf euer Feedback vom ersten Teil eingegangen. Das ist übrigens auch immer absolut genial, also dass ihr so viele Kommentare mit Feedback eben schreibt, das hilft auf jeden Fall enorm. Und deswegen gibt es auf jeden Fall noch eine kleine Änderung am System und das seht ihr dann am Samstag. Jxjo stellt direkt zwei Fragen und zwar einmal, wie lange ich schon YouTube mache und außerdem, was mein Beruf ist. Also YouTube mache ich tatsächlich schon ewig. Ich glaube, ich habe 2009 meinen ersten Kanal eröffnet. Da habe ich unter anderem Photoshop-Tutorials gemacht, also ja, eigentlich schon was ganz anderes, als ich jetzt eben so mache. Und 2011 kam dann der erste Technik-Kanal oder also, ja, der erste richtige Kanal, sage ich mal. Das war dann IT-Raid. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe seitdem jede Woche ein Video gebracht. Und das jetzt eben, ja, über die ganzen Jahre hinweg. Also bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ich habe es immer durchgezogen, egal was so anlag, ob es das Abi war, ob es meine Ausbildung war, irgendwelche Prüfungen oder was auch immer. Ich habe es immer irgendwie geschafft, konstant die Videos rauszuhauen. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Damit wären wir direkt bei der zweiten Frage. Also ich bin mittlerweile selbstständig. Ich bin in dem Sinne nicht komplett hauptberuflich YouTuber, sondern das ist halt ein Teil dieser Selbstständigkeit. Ich habe auch noch andere Kunden nebenher. Aber im Endeffekt, Videoproduktion ist mein Beruf. Die nächste Frage kommt von Hannes Buchi. Und der möchte wissen, ob es sich jetzt lohnt, einen neuen Gaming-PC zu kaufen. Ich würde sagen, ja. Oder zumindest, es ist aktuell kein falscher Zeitpunkt, das zu tun. RAM und Grafikkarten sind zwar noch ein bisschen teurer, als sie es sein sollten. Aber dafür sind die anderen Komponenten relativ günstig. Also Prozessoren sind zum Beispiel sehr günstig. Es gibt sowohl für Intel als auch für AMD die günstigen Boards. Die CPUs sind soweit erstmal auf dem neuesten Stand. Grafikkarten, da wird zwar bald wahrscheinlich was von Nvidia neu kommen. Aber so ein bisschen wird das auch noch dauern. Also ich denke mal, bis die Modelle von Asus, MSI und so weiter verfügbar sind, sind wir schon im Herbst. Und dementsprechend dauert es also noch ein bisschen. Ich denke, aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um sich einen PC zuzulegen. Daran angeknüpft, können wir direkt die Frage von Nico beantworten. Und der möchte wissen, wann die Grafikkarten denn endlich wieder billiger werden. Der Kommentar ist schon ein bisschen älter. Also zu dem Zeitpunkt war es noch viel schlimmer mit den Preisen. Aktuell ist die Situation eigentlich schon wieder ganz entspannt. Zumindest bei den meisten Modellen. Und wir sind zwar nicht auf dem Normalpreis, aber schon ziemlich nah dran, wenn man jetzt so das gesamte Feld betrachtet. Nvidia kümmert sich aktuell sogar ein bisschen darum, dass es eben noch besser wird. Dass die Verfügbarkeit verbessert wird. Dass es gute Angebote für viele Grafikkarten gibt etc. Da gibt es die Made-to-Game-Kampagne. Da habe ich eben mal reingeguckt. Da gibt es zum Beispiel eine GTX 1070 von Gigabyte. Also auch ein ganz gutes Custom-Design für 430 Euro. Also ich denke, das ist ziemlich fair. Ich verlinke euch das alles mal unten in der Beschreibung. Das ist auch keine Werbung oder so. Also zumindest nichts Bezahltes, sondern einfach nur eine Info für euch. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Die nächste Frage kommt von Simon. Also mal wieder ein Namensvetter. Und der möchte wissen, wie viel Euro sollte ein solider Gaming-PC kosten, damit man alles gut spielen kann. Gut ist natürlich immer so eine Definitionssache. Definitionssache. Aber ich halte so diese Preisklasse um 650 Euro für ziemlich gut. Weil man eine vernünftige CPU drin hat. Man hat eine dedizierte Grafikkarte. Also keine integrierte Grafikeinheit oder sowas. Sondern eben eine Grafikkarte. Eine 1050 Ti zum Beispiel. Und in der Preisklasse kriegt man auch noch eine SSD mit rein. Und somit hat man auf jeden Fall ein sehr rundes Gesamtpaket. Ich glaube, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liegt bei ungefähr 900 Euro. Also da hat man halt nochmal so ein bisschen mehr Power. Aber ich glaube, das lohnt sich soweit am meisten. Aber auch für 650 Euro kriegt man schon was wirklich Anständiges. Und ich verlinke euch mein entsprechendes Projekt auch einmal da oben in der Ecke. Könnt ihr euch also gerne mal anschauen. Jonas Tech TV möchte wissen, was das coolste Technik-Produkt war, das ich jemals getestet habe. Und da musste ich erstmal eine ganze Weile überlegen. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig, da irgendwie die Nummer 1 auszuwählen. Aber ich glaube, es ist die Drohne, die ich mal getestet habe. Also die Unique Typhoon H. Weil es einfach mal ein ganz anderes Produkt war. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Es war irgendwie beeindruckend. Und deswegen würde ich die, glaube ich, auf die Nummer 1 stellen. Aber an dieser Stelle könnt ihr mir gerne mal eure Meinung, beziehungsweise euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Also was war das coolste Technik-Produkt, das ihr jemals irgendwie hattet oder ausprobiert habt, gesehen habt, was auch immer. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Die nächste Frage bezieht sich auf Intel Optane Memory. Wer das nicht kennt, kann sich gerne mal mein Video anschauen. Ich verlinke es euch da oben in der Ecke. Und die Frage lautet, ich habe eine SSD, auf der mein Betriebssystem läuft und eine HDD, auf der meine Spiele liegen. Kann ich Optane für die HDD benutzen? Und ich war schon dabei, auf diesen Kommentar zu antworten und wollte schreiben, Nein, kannst du nicht, das geht leider nicht und so weiter. Und dann habe ich einfach nochmal gegoogelt und herausgefunden, dass vor ungefähr anderthalb Monaten ein Update herauskam und dass das nun doch möglich ist. Und ich finde das ziemlich cool, weil, klar, man kann eine SSD für das System und die Programme benutzen und hat dann natürlich da eben diesen Geschwindigkeitsvorteil. Aber die Spiele bleiben ja nun mal auf der langsamen HDD. Und mit Intel Optane kann man das schon deutlich boosten. Also wie gesagt, schaut euch einfach mal das Video an. Man hat eine Art SSD-Effekt. Es ist natürlich keine echte SSD, aber man kann relativ kostengünstig dann eben einen 1TB Massenspeicher mit höherer Geschwindigkeit nutzen. Und ja, wie das alles funktioniert, könnt ihr euch gerne im Video anschauen. Die letzte Frage kommt von Basti und der fragt, was willst du in deinem Leben noch unbedingt erreichen? Und bist du zufrieden mit deinem jetzigen, also mit der jetzigen Situation? Ach, und darf ich das Video beenden? Darfst du? Also es ist, wie gesagt, die letzte Frage. Die Antwort ist schon ein bisschen schwieriger. Also die Frage ist ja, wie soll ich sagen, ein bisschen tiefgründiger. Erstmal der einfache Teil. Ich bin super zufrieden mit meiner aktuellen Situation, also mit meinem aktuellen Leben. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Das ist etwas, was definitiv nicht jeder einfach so machen kann. Und dementsprechend freue ich mich da sehr rüber und bin auch sehr dankbar dafür. Ich kann jeden Tag das tun, was mir Spaß macht. Und dementsprechend denke ich, ist das schon eine sehr, sehr gute Situation. Davon abgesehen, das Ganze läuft gut. Der Kanal läuft gut. Es sind super viele Zuschauer eben da. Ihr schreibt ganz viele Kommentare. Es ist ganz viel Feedback, ganz viel Austausch mit der Community. Dementsprechend bin ich sehr glücklich und ja, habt ihr eigentlich gar nichts zu kritisieren. Also alles wunderbar. Und ja, was will ich noch erreichen? Im Endeffekt wünsche ich mir einfach, dass es so weiterläuft wie bisher. Dass ich also meine Selbstständigkeit weiter ausbauen kann. Dass nichts Unerwartetes oder Doofes dazwischen kommt. Man muss ja auch ganz klar sagen, es ist kein sicherer Job. Also im Endeffekt kann es sich von heute auf morgen schlagartig ändern. Wenn YouTube mal wieder eine ganz tolle Idee hat, was ja durchaus schon 2, 3, 4 Mal vorgekommen ist, dann kann es halt echt sein, dass es auf einmal viel, viel schlechter läuft und dass das nicht mehr so alles hier möglich ist. Dementsprechend, ich hoffe einfach, es bleibt alles so, wie es ist. Ich hoffe, es entwickelt sich weiter und ja, was will ich unbedingt erreichen? So das Typische, denke ich mal, später. Ein schönes Haus, Familie, sowas in die Richtung. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lebe eher so den Moment und habe vielleicht so die nächsten 1-2 Jahre vor Augen und denke jetzt eher nicht, keine Ahnung, 10 Jahre oder noch mehr weiter und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das reicht als Antwort. Und damit sind wir dann am Ende von dieser Folge angekommen und ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback in den Kommentaren da, schreibt weitere Fragen rein, damit ich Material für die nächsten Folgen habe und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Bis dahin. Ciao.